Guten Morgen zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und wir hatten ja gestern das Update und da ist so einiges passiert. Was genau, werden wir gleich drauf eingehen, aber ich muss mich erstmal wieder bei einem von meinen Mitgliedern bedanken, nämlich bei Moonlight. Moonlight, auf jeden Fall, danke jetzt für deine 2 Euro. Insgesamt hast du jetzt schon 11 Euro gespendet, also Gruß geht ja wirklich raus für den Support. Danke, danke, danke. So, dann kurz, was kam gestern neu rein? Genau, Liebe und Krieg Event kam rein, Suchen und Zerstören kam rein, also ich muss sagen, mit Suchen und Zerstören hat Epic schon mal nichts verkehrt gemacht. Also ich feiere den Modus, das Problem ist wieder, es gibt natürlich wieder keine Erfahrungspunkte dafür, das ist natürlich dann irgendwo ein bisschen ärgerlich, aber ich muss sagen, so mit dem Stream zusammen macht das Ganze schon Laune. Ich glaube, wenn man solo unterwegs ist, ist das Ganze echt ein wenig anstrengend, weil wir haben selber gemerkt, wir sind immer zusammengeblieben im Team, aber wenn die Gegner dann gemerkt haben, oh, die spielen anscheinend irgendwie zusammen, ist immer mal wieder einer rausgegangen. Irgendwann spielst du nur noch gegen 3, dann nur noch gegen 2, dann nur noch gegen 1. Also das macht das Ganze natürlich ein bisschen kaputt, aber es ist oft auch das Problem, dass viele überhaupt nicht verstehen, was sie überhaupt machen müssen. So, aber da werden wir uns auf jeden Fall zusammen dran setzen, ich denke, das werden wir auch zusammen alle Mannschaften, und in dem Sinne würde ich sagen, die wollen wir auch mal direkt rüber in den Shop. So, ja, ihr habt richtig gesehen, die waren gestern schon drin. Das Problem ist aber, Fortnite hat sich gedacht, weißt du was, wir machen ein Update und machen den ganzen Shop einfach mal komplett neu. Ich kam nämlich gestern nach Hause und habe nur gedacht, hä, was ist denn hier los? Aber, gucken wir erstmal selber rein, also hier ist das komplette Paket für 2.400 V-Bucks. Also, wenn ihr von der neuen Serie alles haben wollt, dann empfiehlt sich natürlich das große Paket, wenn euch nur ein einzelner Skin gefällt, dann natürlich das einzelne. So, da haben wir hier einmal die Eisenfratze, da muss ich wirklich sagen, bei den Skins bin ich wirklich wieder so zwiegespalten. Ich weiß nicht, hier ist irgendwie so drei Farben ineinander, hier ist halt ja Schnee, dafür kam jetzt ein bisschen zu spät, dann hätten sie ungefähr, ja, nach der Weihnachtszeit bringen müssen, wo noch mehr Schnee lag. Und die Variante, ja, die ist, also ich würde sagen, wenn das die spielt über, aber die anderen zwei sind da irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Dann haben wir dazu natürlich noch die Spitzhacken, die sind allerdings auch in drei Varianten, hier die wäre natürlich nice, ne. So, für die Ice-Skins, da ich ja zur Zeit den Fisch am Spielen bin, würde sich die Pickaxe eigentlich sogar anbieten bei mir. Aber, das sind halt die drei Stile, ja, die hier ist schon nicht schlecht. So, dann haben wir natürlich noch den weiblichen Skin dazu, der ultra hässlich ist, also zumindest mal das Gesicht, genau dasselbe Design, auch im Schnee-Look und einmal noch mal im Tarn-Misch-Masch-Monus. Also, ich weiß nicht, wer die angezogen hat, der wird eigentlich auch schlagen, weil es passt einfach nicht zusammen. Braun, grün und dieses, also das hier oben passt zusammen und das hier unten. Ich sehe gerade, was hat hier für lange Beine. Eieieiei. So, das war also dann das komplette Paket, wie gesagt, 2400 V-Bucks, klar, man spart Geld, wenn man alles einzeln kaufen würde, aber es sind halt nur noch 2400 V-Bucks, ne. Also, in Anführungszeichen, kauft ihr euch die zwei Skins für 2000 V-Bucks und bekommt die Spitzhacke und schenkt. Ist einfach so. Aber, das muss halt jeder selber entscheiden. Natürlich geht das Ganze auch selber nochmal, Sprachfehler sind doch, gibt es das Ganze nochmal einzeln zu kaufen. Einmal die Pickaxe für 800 V-Bucks und dann jeweils ein Skin mit aber den Missionen und Zielen. Dann nochmal jeweils für 1200 V-Bucks. Und, ihr wisst ja, guckt nach, habt ihr mich noch als Creator-Code eingetragen? Einfach Y-T-Family-Hack. Ich bin aber überlegen, ob ich den Creator-Code vielleicht kürzer machen soll. Also, schreibt einfach mal da bitte in die Kommentare. Sollen wir gucken, dass wir ihn kürzer bekommen? Weil, am liebsten, mir wäre eigentlich am liebsten Family. Einfach nur Family. Gerade wegen den Mitgliedern, alles wegen Willkommen in der Familie und, 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 und. Aber, guckt bitte nach, ob der Creator-Code noch eingetragen ist. Nicht, dass es manche wieder vergessen. Ich grüße da gewisse Leute. So, dann haben wir erst mal die Spitzhacke, Herzschmerz. Schmeckt definitiv. Und natürlich noch den passenden Skin dazu, auch Steinherz. Von mir kommt der noch gar nicht so neu vor, ey. Wenn ich gerade sehe, Season X. Ein Skin ist halt echt nice. Das ist halt so ein zeitloser Skin. Den kann man halt wirklich das ganze Jahr spielen, wenn es sein muss. Und die Flügel. Die Flügel sind natürlich... Wow. Flügel sind immer gut. Da muss ich ja echt sagen, seitdem ich jetzt die Eisflügel da habe. Flügel sind echt nice. So, das war dann das. So, was haben wir hier noch Schönes? Genau, Wild X, man kennt das. Hätte zwar eher zu Season X gepasst, aber da hatten sie noch keine Lust, das Ganze rauszubringen. Dann gibt es natürlich die passende Wiley dazu. Mit dem passenden Rücken-Answerter. Rücken-Answerter, ja, ich mag diese Tasche nicht. Die Tasche haben wir hier öfters drin. Aber der Skin ist natürlich nice. Also für 1200 V-Bucks, das ist halt wirklich ein 1200 V-Bucks Skin. Kann man auf jeden Fall mitspielen. Ist auch noch zeitlos, also kann man eigentlich jedem empfehlen. So, dann haben wir die Räscherin dabei. Der Skin gefällt mir halt immer noch. Ich habe ihn mir damals mal gekauft, aber da war ich dann doch wieder zu geizt. Ich habe mir nur gedacht, ach, der Skin ist zu hell, bla bla bla. Aber der Skin an sich auch ingame, auf jeden Fall top. Aber wie immer, muss jeder selber entscheiden. Und dabei bin ich überhaupt nicht so auf so einen Rock-Trip oder so. Aber der gefällt mir wirklich der Skin. So, dann haben wir die Wutstreiterin. Die kam gestern Abend rein, ne? Ich meine, ja, er ist auch wieder alles mit X. Man könnte meinen, wir hätten Season X. Wir haben ja nicht Season X. Aber für 800 V-Bucks auf jeden Fall lohnenswert. Also für 800 V-Bucks macht man bei dem Skin wirklich nichts verkehrt. Genau, überlegen, ob ich mir den nicht noch selber kaufe. Aber da müssen wir erst mal gucken. Jetzt mal, dann mache ich das mit dem anderen Account. Weil hier auf dem Account will ich wirklich den Battle Pass auf ganz sichere Basis haben. So, dann haben wir noch Verband. Erstmal grüße ich ihn da aus. Ihr seht es im Besitz. Ich habe es mir nicht gekauft. Da seid ihr wieder am Werk gewesen. Na gut, aber ich habe schon damals gesagt, so toll ist die Tarnung irgendwie nicht. Ne. Ich glaube, ich habe sie auch nicht einmal gespielt. Ich verstand immer mein Haupt. Dann haben wir das neue Emote konzentriert drin. Ja, war auch in den Leaks mit drin. Aber, ja, ist in meinen Augen auch nichts Besonderes. So, dann haben wir, lass es regnen. Ach, ich weiß noch, wo das damals rauskam. Bester Emote ever. So, und wir haben noch Träger Shuffle. Man kennt das. Video dazu ist schon online. Also, wer sich den Kram mal 15 Minuten geben will und ein bisschen Support reinhauen will, gerne angucken. Man denkt dann, ihr könnt die Musik auch einfach im Hintergrund laufen lassen. Ihr supportet mich und hört noch Musik dabei. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder mit dem normalen Shop. Wir gehen natürlich jetzt rüber zu Rette die Welt, gucken was da Neues im Shop drin ist. Und, dann würde ich sagen, mal Abfahrt. Erstmal Dank an alle, die natürlich da geblieben sind, wegen dem Shop. Ihr seid natürlich auch herzlich grüßt. Und, was dürfen wir machen? Genau, es gibt mir wieder eine V-Bugs-Aufgabe. Ich glaube es nicht. Auf Level 58 gibt es eine V-Bugs-Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wie wir zu der Ehre kommen. Ein Hüsterling. Na komm, Ladezeiten, man kennt das. Aber gestern auf Rette die Welt hatte ich überhaupt keinen Nerv. Ei, ei, ei. Auf meinem zweiten Account, ich hätte zur eigenen Mission machen müssen, aber ich hatte keinen Bock. Hier müssen wir nicht hin. Was hat sich hier getan? Blap, blap, blap. Es gibt schon mal nichts Kostloses. Dann haben wir einmal das Upgrade-Lama. Ja, ist eigentlich recht gut, weil es gibt fleischlich Überlebende. Dann das Super-Anhänger-Lama. Tja, Schleuder-Affe. Willst du es dir kaufen? Es gibt hier einen mythischen Helden. Ach, Helden. Überlebenden. So. Dann haben wir... Wollte schon gerade sagen. Null Tickets? Ich habe schon das hingekriegt. Als ob ich auf Null rausgekommen bin. So. Dann, was haben wir Neues? Ich sehe gar nichts neu. Nichts Besonderes drin. Nur die Wandfalle und der Baseballschläger. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das ist jetzt mal ganz ehrlich. Die habe ich direkt mal gekauft, bevor ich sie da vergesse. Ich habe nämlich auch vergessen, mir die Metz zu kaufen. Aber das ist ein bisschen enttäuschend. So muss ich ehrlich sagen. Also es gibt nur diesen Baseballschläger und die Wandskizze. Da habe ich echt gedacht, gibt es ein bisschen mehr. Dann gucken wir mal gerade schnell, wo die... Die... Ja. Danke. Ähm... Bei wo die Wandskizze Aufgabe ist... 58, 58. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Hä? Hä? Noi. Man merkt euch ja nicht mehr rumtornen in der Gegend. 52. Ja. FPS-Trops, man kennt's. Muss ja dann hier irgendwo sein. 52. Ah, da. Wie gesagt, einmal den Schutzbogen reparieren. Und schon hat man 35 V-Works. Kann man sich mitnehmen. Und ich würde sagen, erstmal dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Denk dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne, haut rein.